Dieser auffällige Dunkelfuchs entwickelt sich zu einem Erfolgsgarantin im großen Viereck. Fleißig sammelt er Erfolge in Dressuren der schweren Klasse. Royal Blend weist mit seiner Losgelassenheit, dem durch den ganzen Körper schwingenden Bewegungsablauf und seinen mit Höchstnoten zu bewertenden Schritt zu begeistern. Mittlerweile gehören auch seine Kinder zu den begehrten Pferden auf zahlreichen Auktionen. Viele exzellente Dressurpferde haben Royal Blend zum Vater und sind im Viereck äußerst erfolgreich. Ob als junge Remonte in Reitpferde bzw. Dressurpferdeprüfung oder auch als Nachwuchs-Dressurpferde in den höheren Klassen, so zum Beispiel Richthofen, der dreijährig das Hannoveraner-Championat für Reitpferde gewann und sechsjährig zahlreiche Siege und Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen der Klasse M verbuchen konnte. Royal Blend geht zurück auf den sehr erfolgreichen Stutenstamm der Antipathie. Zahlreiche S-erfolgreiche Dressurpferde entspringen diesem Stamm, so zum Beispiel Fürst Kevenhüller von Floristan I oder Rigoletto von Rosenkavalier. Die Mischung aus dem bewährten Rubinsteinblut über Rotsporn und Lowrys Crusader auf der Mutterseite steht für Rittigkeit und Charakter, Leistungsbereitschaft und Ausdauer. Royal Blend, die königliche Mischung aus Leistungsbereitschaft und einem starken Charakter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020